Ausländergewalt 7500 Tote Spricht das nicht auch eine deutliche Sprache? Rund 150 Tote durch rechte Gewalt seit der Wiedervereinigung sprechen eine deutliche Sprache. Zitat In die Media, linksextremistisches Portal Die Zahl der Todesopfer durch rechtsextreme oder rassistische Gewalt in der BRD schwankt zwischen 57 und 182. Die höhere Zahl ergibt sich gemäß der bereits mit 19 Jahren im bewaffneten DDR-Sicherheitsapparat aktiven Annette Kahane dann, wenn auch die Fälle gezählt werden, für die glaubhafte Hinweise auf einen rechtsextremen oder rassistischen Hintergrund vorlagen. Es müssen auch die Taten hinzugezählt werden, denen rassistische Motive zugrunde liegen, ohne dass Täterinnen oder Täter auf den ersten Blick als rechtsextreme zu erkennen wären. Jeder Tote ist einer zu viel, denn jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und Unversehrtheit. Es ist allerdings nicht nachvollziehbar, warum Opfer von Rechtsextremen einen Sonderstatus hinsichtlich öffentlichen Mitleids- und medialer Wahrnehmung erhalten. Ungezählte Opfervereine und Täterbekämpfungsinitiativen hängen am Tropf des Steuerzahlers, der über den Sinn und Unsinn des Verbrauchs seiner Steuergelder aufgeklärt werden will. Es stellt sich die Frage, wie viel Unterstützung es für Opfer von Ausländergewalt vergleichsweise geben müsste, wie viel demokratische, rechte oder rechtsextreme Gruppen und Personen staatlich alimentiert werden müssten, um präventiv gegen Einwanderung zu wirken und um wie viel mehr sich die Medien mit Ausländergewalt gegenüber Nazi-Gewalt beschäftigen müssten. Um quantifizieren zu können, wie viele Deutsche seit der Wiedervereinigung durch Migranten ermordet oder misshandelt wurden, müsste man tief in die Kriminalitätsstatistik eintauchen, möglicherweise längere Studien betreiben, da diese Todesursache von offizieller Seite nicht gezählt wird. Wir möchten mit Hilfe einiger Daten eine Minimalabschätzung vornehmen. Die ausländischen Tätergruppen wären zu unterscheiden in Touristen, vor allem organisierte Kriminalität, sich illegal oder legal aufhaltende Ausländer 2007 2 Millionen bzw. 6,751 Millionen und Eingebürgerte 3,7 Millionen. Insbesondere letztere werden in der Kriminalitätsstatistik als deutsche Täter geführt. Der Anteil von Menschen mit nicht-deutschem Hintergrund an der BRD-Bevölkerung betrug im Jahr 2007 demnach etwa 12,4 Millionen von 81,7 Millionen, also 15,2 Prozent und dürfte heute unwesentlich höher liegen. Zwischen 1990 und 2010 wurden in der BRD 21.467 Tote durch Mord und Totschlag gezählt. Bei Körperverletzungen sowohl gefährlicher, schwerer als auch vorsätzlicher leichter gab es 2009 und 2010 jeweils etwa 600.000 Delikte. Der Anteil von verurteilten Ausländern bei Mord und Totschlag betrug in den beiden Jahren 2009 und 2010 durchschnittlich 29,35 Prozent, bei Körperverletzungen etwa 21 Prozent. Wir nennen nachfolgend auch den Totschlag Mord, denn für das Opfer ist das Ergebnis das gleiche. Somit wurden in 21 Zähljahren in der BRD überschlägig etwa 6.300 Morde und 2.800.000 Körperverletzungsdelikte durch Ausländer begangen. Zählt man die Eingebürgerten hinzu und nimmt an, dass sie genauso morden und verletzen wie ihre Volksgeschwister ohne BRD-Pässe, sind es bis zu 9.000 Ermordete und 4 Millionen Verletzte durch Migranten. Die Gewalttaten von Migranten an Migranten sollte man von diesen Werten allerdings abziehen, will man die Folgen der Einwanderungspolitik betrachten. Denn ausländische Opfer wären vielleicht auch in ihrer Heimat von ausländischen Kriminellen heimgesucht worden, nicht aber unbescholten in ihrer Heimat lebende Deutsche. Wollte man die Morde von Migranten an autochtonen Deutschen also abschätzen, könnte man pauschal deren Bevölkerungsanteil von den Opfern der Ausländergewalt abziehen. Das wären dann etwa 7.500 Morde und 3 Millionen gewalttätige Übergriffe durch Einwanderer an der deutschen Urbevölkerung seit der Wiedervereinigung. Jede Woche werden sieben Deutsche durch Migranten getötet und etwa 3.000 misshandelt.